Hallo alle zusammen! Heute sprechen wir über Corona. Nein, 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 war nur ein Spaß. Just kidding, war nur ein Spaß. Heute sprechen wir über das Corona-Virus. Das Corona-Virus. Und dafür schauen wir uns ein paar deutsche Nachrichten an. For that, we will watch a few German news. Wir schauen uns ein paar deutsche Nachrichten an. Anschauen means to watch or to look at. You can also use the sentence without uns. Uns is stressing more that you're looking at them in more detail, but you can also just say, wir schauen ein paar Nachrichten an. So, erstmal zu dem Begriff Virus. First about the word Virus, der Begriff. Du kannst sagen, das Virus oder auch umgangssprachlich, auch umgehe, es bedeutet umgangssprachlich, so in colloquial language. Der Virus. Und die Viren ist der Plural. Und dann gibt es zum Beispiel den Computer-Virus und leider gibt es auch das Corona-Virus. Unfortunately, there is also the Corona-Virus und wir schauen uns jetzt Nachrichten dazu an. Ich bin hier auf tagesschau.de. Okay, das ist für deutsche Nachrichten und so weiter. Ihr könnt die auch gucken. You can also watch them. Zurzeit sind fast alle Nachrichten über das Corona-Virus. Right now almost all news are about the Corona-Virus. So, hier haben wir ganz oben. Deutschland schließt Grenzen. This means Germany closes borders. Dann Corona-Krise. Bahn will Regionalverkehr reduzieren. So, the train company wants to reduce the regional traffic. Der Verkehr is the traffic. Und der Geschlechtsverkehr is sexual intercourse. So, it's the traffic of the genders. Maybe that's a way for you to remember. Then we have Handel und Corona-Krise. Es ist genug für alle da. So, Handel is like, um, so the trade, basically. Like, yeah, trade, commerce, bargain. Well, commerce, trade. Es ist genug für alle da. So, there is enough for everybody. That's kind of good news. Then we have Kampf gegen Corona-Virus. Wie Bundeswehr und Kirchen helfen. So, fight against Corona-Virus. How the military or the German armed forces, we call them die Bundeswehr. Die Bundeswehr. Is female, yeah? German armed forces. Kirchen und Kirchen helfen. So, and churches, how they are helping. Die Kirchen are the churches und die Kirchen are the cherries. Dann haben wir USA und Deutschland streiten um Corona-Virus-Impfstoff. Oh, so USA and Germany are fighting, or are arguing, about the Corona-Virus-Vaccine. You know, the Impfstoff is, um, impfen, means to get a vaccination. So, Impfstoff is this, yeah. Vaccine. Vaccine. That's how you say. Okay, and then we have Corona-Krise. Frankreich schränkt Verkehr. Verkehr, same as here, yeah. Der Verkehr, so the traffic. Ein. Einschränken means to restrict or to limit. So, France is limiting the traffic. Einschränken. Oops. So. Restrict or limit. It's a separable verb. And then, Corona-Risiko-Gebiet. So, a risky area. Eiszeit in Tirol. So, ice, ice time in, in Tirol. Und ja, Livestream Corona. Der Sport ist infiziert. So, the sport is also infected. And they also closed schools in Germany. Sie haben Schulen geschlossen. Fitnessstudios. Fitnessstudios. Und ganz viele Sachen dann hier. Coronavirus-Ticker. Eishockey WM. Also, die Weltmeisterschaft im Eishockey. Im Mai vor Absage. So, it's almost getting cancelled. Absage is the cancellation. Die Absage. Und ja, hier sind noch ein paar andere Nachrichten. There are a few other news. Tatort. Das ist eine Krimi-Serie. It's a, it's a, you can look it up, but. Und, oh, slow sex. Mehr Achtsamkeit im Bett. So, more mindfulness or awareness is Achtsamkeit in the bed. So, that's something different. Smartphone selbst reparieren. Fixing or repairing your smartphone by yourself. In vier Schritten. In four steps. So, but as you see, almost everything is about Corona. Fast alles ist über Corona. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir nochmal in 100 Sekunden. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 oder 100 Sekunden. Medienberichte über deutsche Grenzschließungen. Medienberichte über deutsche Grenzschließungen. So, news about Grenzschließungen. So, ja, die Grenze is the border und Schließungen is the closing. So, they are closing the borders. Demnach könnten ab Montagmorgen wegen des Coronavirus die Grenzen zu Frankreich, Österreich und der Schweiz geschlossen werden. Oh, wow. Demnach könnten die Grenzen ab Montag, so starting on Monday, they will close the borders to Österreich, Frankreich und die Schweiz, ich glaube, hat er gesagt. Coronavirus, die Grenzen zu Frankreich, Österreich und der Schweiz geschlossen werden. Nach Polen, Dänemark und Tschechien wollen auch Litauen und Estland ihre Grenzen für Ausländer schließen. Wow. Nach Polen und Tschechien, so after Poland and the Czech Republic, Litauen und Estland, so Estonia and Lithuania also want to close their borders. Österreich fährt öffentliches Leben auf Notbetrieb herunter. Österreich fährt öffentliches Leben auf Notbetrieb herunter. So, Notbetrieb is like an emergency mode und anordnen is like to impose. So, und die Regierung is the government. So, in Österreich, ja, in Austria. So, the government is imposing an emergency mode. In Österreich gibt es bisher 800 Corona-Fälle. So, in Austria so far, there are 800 Corona-Cases. Darunter einen Todesfall. Darunter einen Todesfall. So, among that one Todesfall. Der Tod is the death und Todesfall is like when somebody dies, so a casualty. Öffentliches Leben durch Corona zunehmend eingeschränkt. Die Kirchen sagt... Einschränkungen im öffentlichen Leben. So, again, Einschränkungen means like limitations or restrictions. Im öffentlichen Leben. Was bedeutet das? What does that mean? In the public life. Sagten fast überall Gottesdienste ab. Oh, die Kirchen, the churches, as I told you before, sagten fast überall Gottesdienste ab. So, absagen belongs together. It means to cancel or to, let's see what they say here, yeah, to cancel. Gottesdienst is a service in church. So, they have been cancelling their services in church. Puh! Also, ich hoffe, dir und deiner Familie geht es gut. I hope you and your family are doing fine. Zurzeit ist sehr viel Panik. Right now there is a lot of panic. Ich möchte dazu nicht meine Meinung sagen, weil ich darüber nicht zu viel weiß, also über die Details. I don't want to say my opinion about all of this because I don't know enough about this topic to say like this is wrong or this is right or anything. Ich hoffe nur, dass es dir und deiner Familie und deinen Freunden gut geht und dass alles bald wieder normal ist. So, I hope you and your family are doing fine and that everything will be back to normal soon. Und ja, ich mache weiter Deutschunterricht auf YouTube. Das ist ein bisschen Ablenkung für dich. Wenn du möchtest, kannst du einen Satz darüber schreiben, was in deinem Land passiert. If you want, you can write a sentence about what's happening in your country right now with the Corona virus. Zum Beispiel, sind die Schulen geschlossen? Are the schools closed? Die Schulen sind geschlossen. The schools are closed. Oder sind die Grenzen geschlossen? Are the borders closed? Was passiert in deinem Land? What is happening in your country? Schreibe es in die Kommentare, wenn du möchtest. If you want to. Dankeschön und tschüss.